Hallo zusammen. Ich möchte heute mal über einen Pet-Peef im Worldbuilding reden, das ich habe. Und das ist, dass Fantasy-Kulte und allgemein fiktive Kulte immer viel zu offensichtlich sind. Beispielsweise sind in Warhammer und Warhammer 40k die Slanesh-Kulte immer genau die Typen, die in ihrem Privatleben in opulenten, violetten und goldenen Roben durch die Gegend laufen, unheimlich dekadent sind und dafür bekannt sind, dass sie Orgien feiern. War es, die Inquisition denkt, dass der Gouverneur dieses Planeten eventuell Slanesh anbieten könnte? Nur weil er ausschließlich Violett und Gold trägt und unheimlich dekadent ist und dauernd Orgien feiert und ausschließlich extrem teuren Wein trinkt und weil er sich das Symbol von Slanesh ins Gesicht tätowiert hat? Das ist doch alles keine Beweise, ich bitte euch. Der Grund, warum mir das ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass solche Kulte in der echten Welt lieber geheim bleiben wollen und dass Leute allgemein die Angehörigkeit zu Gruppen nicht rausposaunen, wenn es negative Folgen haben könnte. Nehmen wir hier als Beispiel einmal Charlottesville. Für die von euch, die sich nicht mehr erinnern, in 2018 sollten in Charlottesville die konfederierten Statuen abgerissen werden, eben weil sie eine sehr unangenehme Geschichte haben. Und ein paar Leute des rechten Flügels, freundlich ausgedrückt, hatten damit ein Problem. Also haben sie da die Unite the Right Rally veranstaltet, um Protest gegen das Abreißen dieser Statuen zu zeigen. Und bei dieser Unite the Right Rally gab es unter anderem Tote und es gab einen ganzen Haufen an Leuten, die mit rechtsradikalen Symbolen durch die Gegend gelaufen sind. Und nach Charlottesville kamen dann ein paar Mitglieder des rechten Flügels an die Öffentlichkeit und haben solche Sachen gesagt wie, Charlottesville kann kein Nazi aufmarsch gewesen sein, weil ich fast keine Hakenkreuzflaggen gesehen habe. Und das bringt mich zur Regel Nummer 1 für die Alt-Right und Rechtsradikale und das ganze andere Gesokse nach Charlottesville. Never show your power level. Und das heißt übersetzt ungefähr so viel wie, du darfst nicht offen zeigen, dass du ein Nazi bist. Das heißt entweder musst du deine Ansichten in der Öffentlichkeit verheimlichen, du musst irgendwelche Euphemismen benutzen, damit das Ganze politisch korrekter klingt, oder du musst Dog Whistles benutzen. Dog Whistles oder zu deutsch Hundepfeifen sind im Grunde genau das, was Hundepfeifen im echten Leben sind. Ein Signal, das nur von bestimmten Gruppen erkannt werden soll. Es gibt in den politisch sehr rechten Kreisen einen ganzen Haufen Symbole, die auf den ersten Blick harmlos wirken, die aber innerhalb der Gruppe eine gewisse Symbolik haben, die auf Antisemitismus, Rassismus oder allgemein Verherrlichung von Nazis hinweist. Ein relativ harmloses Beispiel für eine Dog Whistle wäre zum Beispiel die Bananenrepublik. Es gibt die Verschwörungstheorie, dass die 2020er Wahl eigentlich von Trump gewonnen wurde, aber die Demokraten haben die Wahl geklaut durch Wahlbetrug und sonstigen Blödsinn. Und darum ist die USA eine Bananenrepublik. Aber die meisten sozialen Medienplattformen haben ein Problem damit, dass man Leuten nicht Wahlbetrug vorwerfen darf. Das heißt, wenn man sowas offen sagt, fliegt man von der Plattform. Das heißt, wenn irgendein größerer YouTuber sagen wollen würde, dass eigentlich Trump die Wahl gewonnen hätte und dass Biden die Wahl geklaut hat, müsste er irgendwas über die Bananenrepublik posten. Damit zeigt dieser größere YouTuber, was er persönlich für eine politische Position innehat. Aber nur für die Leute, die diese Dog Whistle kennen. Für alle anderen ist es einfach nur ein Post über irgendeinen Klamottenladen. Und das ist die Art und Weise, wie Dog Whistles funktionieren. Es ist irgendein Symbol oder eine Redensart oder eine Geste oder sonst irgendetwas, was für die meisten Leute einfach nur übersehen wird. Aber für die Leute, die diese Dog Whistle kennen, ist es ein klarer Indikator dafür, dass jemand sagt, guck mal, ich bin auch ein Nazi. Dabei gilt, dass desto obskurer eine Dog Whistle ist oder desto einfacher man sie als einen Witz abtun kann, desto besser ist sie für öffentliche Kommunikation. Das hier ist beispielsweise die Odal Rune. Die Odal Rune wurde unter anderem von der Waffen-SS benutzt und wird momentan von der Nationalsozialistischen Bewegung in Amerika benutzt. Das heißt, das ist keine gute Dog Whistle, weil sie relativ offensichtlich ist. Auch Leute, die die Dog Whistle nicht kennen, können sich denken, ja, das ist irgend so ein Runending, das hat vielleicht was mit Nazis zu tun. Das heißt, die Odal Rune ist zwar für, ihr sagt mal, internes, höh, ich bin total cool, Nazi-Zeug nutzbar, ist aber für öffentliche, zur Schaustellung von Ideologien zu offensichtlich. Für die Öffentlichkeit gibt es andere Sachen, die besser funktionieren, wie zum Beispiel Milch. Milch ist die perfekte Dog Whistle. Und ich muss kurz erklären, warum. Milch hat sich als Witz auf Fortschein entwickelt. Der, in Anführungsstrichen, Witz ist, dass viele Leute im asiatischen Bereich, in Afrika und bei amerikanischen Ureinwohnern Laktoseintolerant sind und darum Milch nicht verarbeiten können. Das heißt, Weiße sind eindeutig die dominantere Rasse, weil wir stärkere Knochen haben, weil wir mehr Milch trinken können. Das ist natürlich auf den ersten Blick einfach nur dummer Teenager-Edgelord-Humor. Und das wäre auch so geblieben, wenn die Nazis nicht tatsächlich angefangen hätten, Milch zu trinken, um ihre Dominanz zu beweisen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie unheimlich dumm ich klingen würde, wenn ich jemandem vorwerfe, dass er ein Nazi ist, nur weil er Milch trinkt. Milch ist die perfekte Dog Whistle. Weil Nazis untereinander sich auf die Brust hauen und Milch trinken können und sich dabei zuzwinkern, weil sie verstehen, du bist ein Nazi, ich bin ein Nazi, guck mal die coole Milch. Aber in der Minisekunde, dass irgendjemand von der Outgroup sagt, ey, warte mal, Milch ist ein Nazi-Symbol, ist es automatisch einfach nur ein dummer Witz von 4chan, weil die Idee, dass Milch ein Hass-Symbol ist, vollkommen schwachsinnig klingt. Natürlich sind nicht alle Dog Whistles dieses 4D-Level von Schach wie Milch. Aber viele Dog Whistles sind relativ schwer zu erkennen. Und es ist nicht immer klar festzustellen, ob sie jetzt als ein dummer Witz benutzt werden oder ob sie wirklich ein internes Erkennungssymbol sind. Es kommt bei den Dog Whistles immer sehr viel auf Kontext an. Wenn man mich beispielsweise fragen würde, ob die Don't Thread on Me Flaggen und die Konfederierten Flaggen automatisch rechtsradikal sind, würde ich sagen, nein. Es gibt zwar eine klare Tendenz dazu, welche Art von Person diese Flaggen benutzt, aber allein für sich genommen sind sie nicht immer notwendigerweise rechtsradikal. Aber wenn sie zusammen mit der Hakenkreuzflagge geschwungen werden, erfüllen sie im Grunde dieselbe Funktion wie die Hakenkreuzflagge. Und Milch ist genau so lange ein dummer Witz, bis mit Nazi-Slogans und schwarzen Sonnen zu tätowierte Neonazis anfangen, aggressiv Milch zu trinken, um zu zeigen, dass sie die Herrenrasse sind. Aber nachdem ich jetzt deutlich zu lange über Nazis und Politik geredet habe, sollte ich vielleicht zum Thema des Videos zurückkommen. Wie können wir unsere fiktiven Kulte weniger offensichtlich machen? Und die Antwort ist, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, Dog Whistles. Nehmen wir wieder einmal unseren planetaren Gouverneur als Beispiel. Er möchte seine Anbietung von Slaanesh so geheim wie irgendwie möglich halten, weil wir hier von Warhammer 40k reden. Wenn irgendein Inquisitor denkt, dass du auch nur chaotisch angehaucht sein könntest, wirst du sofort erschossen. Das heißt, wir müssen damit so obskur wie irgendwie möglich sein. Also rumzulaufen wie ein Chaos Space Marine in einfach nur Lila und Gold mit irgendwelchen Lautsprechern an die Schulter getackert, ist vollkommen raus. Aber die Chaos Space Marines, genauer gesagt die Emperor's Children, können bei uns Vorlagen dafür sein, was für Dog Whistles wir benutzen könnten. Zwar sind die offensichtlichen Symbole wie das Slaanesh-Symbol oder die geflügelte Kralle raus. Aber die Emperor's Children sind die dritte Legion, das heißt die Zahl 3 könnte von uns als Dog Whistle benutzt werden. Und die Spezialeinheit der Emperor's Children sind die Noice Marines. Chaos Marines, die Musikwaffen oder Audiowaffen benutzen. Das heißt Musik, entweder in Form von Instrumenten oder von Noten, wäre eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass man Slaanesh-Angehörig ist, ohne es zu offensichtlich zu machen. Dabei kann und sollte man so obskur werden wie nur irgendwie möglich. Beispielsweise könnte man drei Exemplare von irgendwas irgendwo auf der Kleidung tragen. Also wenn man arm ist, könnte man sich drei imperiale Kredite an den Gürtel nähen, um zu zeigen, dass man als Slaanesh-Gruppi ist. Während Adelige und Politiker drei Broschen, drei Orden oder drei was auch immer tragen könnten. Der planetare Gouverneur könnte in seinem Empfangszimmer eine Violine mit drei Bögen stehen haben. Das ist für Außenstehende nicht wirklich etwas Offensichtliches, aber für Kultmitglieder ist es ein gutes Erkennungszeichen. Und wenn man wirklich was Obskures machen möchte, könnte der Gouverneur, bevor eine Rede anfängt, dreimal mit dem Löffel gegen sein Glas schlagen. Das alles sind Sachen, die sehr einfach zu verheimlichen, zu verleugnen oder zu ignorieren sind. Vor allem, weil keines dieser Dinge wirklich offiziell mit Slaanesh verbunden ist. Es werden nicht die offiziellen Farben und Symbole von Slaanesh benutzt und selbst die Zahl 3 ist nicht wirklich mit Slaanesh verbunden. Das ist wirklich nur eine In-Group-Dog-Whistle für die Kultisten auf diesem speziellen Planeten. Es ist so obskur, dass selbst Kultisten aus anderen Branchen von Slaanesh nichts damit anfangen können. Und genau das ist meiner Meinung nach, wie Kultisten vorgehen sollten. Sie sollten so geheimniskrämerisch und so obskur sein, wie irgendwie möglich, damit sie sich nur untereinander verstehen und ihre Kommunikation und Zeichen für Außenstehende vollkommen unbegreiflich sind. Und jetzt ist es, wie viele Leute, die Kultisten von Slaanesh, die Kultisten von Slaanesh, die Kultisten von Slaanesh, die Kultisten von Slaanesh.